Das ist Helga. So weit, so gut. Ja, und das ist Jessica. Auch so weit, so gut. Jetzt kommt noch Andreas dazu. Ja, schön, guten Morgen. Und das ist Gunter. Und Michael, bitteschön. Ja, entzücken sehen Sie aus. Und gut gelaunt sind Sie auch noch. Wie können solche Menschen auch Schwerte kommen? Und was Sie machen, das werden wir auch gleich sehen und hören. Der Bart geht ab. Na, sowas Dummes aber auch. Gunter, Michael aus Schwerte. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Morgen. Schönes Outfit. Was es damit auf sich hat? Bitteschön, erklär es uns. Ja, wir singen ein wunderbares Lied aus der Operette Die Tschardaschfürstin von Emmerich Kallmann. Hi, Maschi Peter, Hi, Maschi Paul. Und wenn wir lange durchhalten, können wir die zweite Strophe sogar in der ungarischen Originalsprache singen. Oh, na Mensch, dann machen wir mal ganz schnell. Sie dürfen entscheiden. Eine Minute machen Sie auf jeden Fall. Alles andere entscheiden Sie per Telefon. Jetzt geht's los. Viel Glück. Danke. Glaubst du, dass die große Liebe immer glücklich endet? Glaubst du, dass im Leben alles sich zum Guten wendet? Nach dem Sommer wird es kühl. Traurig ist im Leben viel. Trotzdem lass den Kopf nicht hängen. Nimm die Fiedel, sing und spiel. Sing das Liede von den Brüdern, aber mit Gefiel. He, Maschi Brüder, Peter und Paul. Er klingeln Lieder, sind sie nicht faul. Es wird gesungen und er küsst die ganze Nacht. Die Korken anknallen, bis der Tag gewacht. Hoi, hoi. He, Maschi Brüder, Peter und Paul. Er klingeln Lieder, sind sie nicht faul. Sie lachen statt zu leiden und wir machen's wie die beiden. He, Maschi Brüder und der Paul. Und! Wer wird denn nur Trübsalblasen sitzen, stets im Dunkeln? Nein, mit Nichten auch im Lichten lässt es sich gut munkeln. Macht doch mit dem Kummer Schluss, gebt uns lieber einen Kuss. Denn das Wissen und das Küssen ist ein wahrer Hochgenuss. Lernet von den beiden Brüdern, wie man's machen muss. Und jetzt, mein Lieber, auf Ungarisch... Egen. He, Maschi, Peter, He, Maschi, Paul. Aber um, Eta, ist ja real. Die Kursion und Roja wird es echt Arosch, ne Wer. Die Kursion, Lesbex, Söne, Lesbex, Latsch, Genier. Hei Maschi Peter, Hei Maschi Pahl, Amaru Mita, Ejö Rial. Die Wache stand zu leiden und wir machen's wie die beiden, Hei Maschi Peter und der Paul. Yoi, 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 yoi. Yoi, 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 yoi. Sie lachen, sie lachen und wir machen's wie die beiden, Hei Maschi Peter und der Paul. Ja! Bravo! Sensation! Wir sind völlig außerordentlich. Was heißt aber Hashimi, Hashima, Gasometa-Hashi? Jetzt kommt die Übersetzung. Also das heißt auf Deutsch, du brauchst nicht traurig sein. Ihr bekommt noch Weintrauben und weiches Brot. Na ist doch mal was. Und wo sind die Weintrauben und das weiche Brot? Hol doch mal den Korb. Diese Leertversprechung ist stimmt, wir haben ja genug Weintrauben. Ich habe gedacht, die kriegen wir. Kriegt er auch. Kriegt er auch. Ihr kriegt ja 2500 Euro. Ja, das wäre wunderbar. Haben Sie noch? Ja. Ihr wart aber auch sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Hashimi, Hashima, Gasometa-Hashi. Das war interessant. Macht einfach mal mit. Auch so schön, bitte. Bewerben Sie sich. Zeit 1 Frühstücksfernsehen. Kennwort Morningstar. 11 525 Berlin. Sie wohnen exklusiv im Hilton Berlin. Direkt am Gendarmenmarkt. Nach noite. approximation Highlightilen problema.